Willkommen zu einem neuen Vlog auf dem Kanal. Ich bin hier in Tannheimertal in Österreich in den Winterferien, wo übrigens noch fast gar kein Schnee liegt. Aber jetzt gehe ich hoch auf die Berkspitze, dann will ich spazieren. Und morgen fahre ich da oben auch schön. Ach ja, übrigens, ab jetzt immer, wenn einer von uns, also Mann oder ich, allein in den Ferien ist, werden wir ab jetzt immer allein einen Vlog, also einen Ferienvlog filmen. Ich bin jetzt hier oben angekommen. Da unten ist einfach ein ganzer See, gefroren, wo man jetzt Schlittschuh fahren kann. Bis zum nächsten Mal. Musik Ich gehe jetzt zum Mittagessen Ich sitze jetzt in der Gondel für zurück, um dann wieder ins Sonnenheim zu klammern und wo ich dann zwei Kilometer zurück zum Hotel passieren kann. Musik 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 Okay, ist gehe jetzt essen. Das ist eine Lüft. um auf den Kreuzjocht zu kommen, auf 1719 Meter Höhe, obwohl ich glaube auch gut aussieht auf die Altspitze, also auf die Altspitze habe, was in 2641 Meter Höhe liegt. Und dort fahre ich dann einen Schwarz runter. Und da hinten sieht man die Altspitze, okay, ich fahre jetzt im Regel eine schwarze Piste runter bis ins Tal, wo ich übrigens auch nicht filmen werde. Und damit sage ich eigentlich auch Tschüss, denn da unten werde ich zurück in Tornheimer Tal fahren, wo ich dann in die Piscine gehe. Bis zum nächsten Mal.